Nach der Investorenübernahme steht Newcastle United nun wohl vor dem ersten richtigen Kracher-Transfer, denn für 70 Millionen Euro plus 5 Millionen mögliche Bonuszahlungen soll Alexander Isak, der Stürmer von Real Sociedad, verpflichtet werden. Der Transfer ist fast durch, bestätigt auf Fabrizio Romano und somit würde der Schwede der absolute Rekordtransfer von Newcastle werden. Bis jetzt ist das nämlich immer noch Joel Linton, der damals von Hoffenheim für 44 Millionen kam. Das war ja sogar noch vor der Investorenzeit. Seit die Investoren übernommen haben, war dann Bruno Guimaraes für 42 der teuerste. Und nun soll also Alexander Isak für über 70 Millionen Euro verpflichtet werden. Isak selbst ist immer noch erst 22 Jahre alt. Da dachte ich auch, der ist älter, weil den kennt man ja auch noch aus seiner Zeit bei Dortmund. Aber immer noch erst 22, also ist noch dementsprechend auf jeden Fall entwicklungsfähig. Was seinen Spielertyp angeht, hat man mit seiner Position und seiner Größe von 1,92 Meter ja eigentlich so ein Bild im Kopf, was für eine Art Stürmer er ist. Aber er ist eigentlich ziemlich genau das Gegenteil davon, denn Isak ist nicht wirklich Kopfballsteig, trotz seiner Größe. Er ist im Pressing eigentlich nicht wirklich gut, er hat ziemlich schwach gegen den Ball, wenige Ballgewinne. Offensiv gesehen ist es so, dass Isak ein ziemlich guter Trippler ist und auch oft ins Tripplen geht, aus dem Zentrum heraus. Aber er zieht auch mal auf die Flügel heraus. Sein Passspiel ist solide, aber jetzt auch nicht überragend, aber man kann auf jeden Fall damit was anfangen. So ist sein Expected Assist-Wert zum Beispiel auch besser wie die reine Anzahl seiner Vorlagen. Also er ist spielerisch schon gut und kann auch mal gut und gerne ablegen auf den besser positionierten Mitspieler. Eine Schwäche, die er auf jeden Fall noch hat und die jetzt nicht unbedingt für ihn spricht, ist halt leider seine Chancenverwertung. So kommt er meist echt auf einen guten Expected Goals-Wert, aber underperformt ihn echt meistens. Das heißt, er lässt eigentlich viele Chancen liegen, aus denen mehr Tore zu erwarten wäre. Eine große Stärke Isaks ist auf jeden Fall seine Geschwindigkeit und so ist er auf jeden Fall ein guter Konterspieler, kann den Ball gut vorantreiben und dann halt eben selbst den Abschluss suchen oder querlegen. Genau deshalb passt er auch ziemlich gut in das aktuelle System von Newcastle. Ich meine, man hat ja Chris Wood als klassischen Stürmer verpflichtet, aber da lief es jetzt nicht so gut und aktuell ist Callum Wilson Stammspieler, der ziemlich ähnlich zu Isak ein schneller Stürmer ist, aber jetzt ansonsten nicht die ganz hohe Qualität hat und deshalb wäre Isak schon ein Upgrade. Allerdings sehe ich jetzt, wenn ich so ein bisschen in die Zukunft schaue, Isak nicht als alleinigen Stürmer, was er in dem jetzigen System wäre und da kann es auch funktionieren, aber irgendwann muss sich auch Newcastle weiterentwickeln und ein bisschen mehr selbst mit dem Ball agieren, wenn dann die Gegner auch mal gegen sie tief stehen, was bis jetzt noch nicht unbedingt der Fall ist und da ist Isak aufgrund seiner physischen Unterlegenheit trotz seiner Größe dann nicht unbedingt die perfekte alleinige Spitze und er ist auch definitiv besser, wenn er jemand vor sich oder neben sich hat, der da ein bisschen mehr Physis reinbringt und erst so eine klassische Spitze darstellt. In der abgelaufenen Saison kam Isak in 41 Spielen auf 10 Tore und 3 Vorlagen in Spanien bzw. auch in der Europa League, was jetzt ist ein solider Wert, aber jetzt nicht ganz überragend. So kommen wir dann zum abschließenden Fazit zu Isak und der Verpflichtung von Newcastle und da stellt sich mir zum einen die Frage, hilft er Newcastle, bringt er die Mannschaft weiter und das kann ich definitiv mit Ja beantworten. Er bringt auf jeden Fall jetzt schon eine Qualität mit, die es so im Kader nur bedingt gibt offensiv und er bringt definitiv noch viel Entwicklungspotenzial mit in allen Bereichen und kann sich da auf jeden Fall noch steigern und der Mannschaft weiterhelfen. Die andere Frage ist, ist er das Geld wert, 70 Millionen und da muss ich eher sagen, nein, er hat einen Marktwert von 30 Millionen, um das mal in Relation zu setzen. Ich denke, so eine Ablöse von 40 bis 50 Millionen wäre gerechtfertigt, aber alles über 50 finde ich übertrieben, aber das muss Newcastle halt machen, die anderen wissen, wie viel Geld sie haben, da muss man drauf bezahlen und sie sind halt auch ein Premier League Verein und das hebt dann halt die Ablöse hoch. Aber Isak wird denen auf jeden Fall weiterhelfen, damit die sich langsam ein bisschen weiterentwickeln können und dann letztendlich mal die internationalen Plätze angreifen können. Das war also soweit meine Einschätzung zu dem sich anbahnenden Transfer von Isak zu Newcastle. Was sagt ihr zu meiner Einschätzung? Wie seht ihr es? Schreibt mir ganz gerne eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!